Schlapp, Zielscheibe zu sprengen. Alles klar! Ich habe mir was zu trinken. Scheiße! Ist das schlecht? Ein bisschen, ne? Ich kann nichts machen! Ich... Ja, weil der Ball sieht... Kannst du nicht... Ne, ich kann nichts mehr machen! Ich habe das Spiel... Reiß dich mal zusammen! Mensch! Oh, ich kann nicht mehr! Was hast du denn so mit dabei gedacht auf die Scheibe? Mein Gott! Schatz! Schatz, sie atmen! Ui, Alter, ich kriege keine Luft mehr! Heilige Scheiße! Oh Gott, ey! Er geht immer weiter in die Mitte! Oh Gott, das ist so schlecht! Ja! Oh, er geht nach außen! Mal ist es gleich! Huh! Ich kann nicht mehr! Oh, komm schon! Drei Sekunden noch! Oh, jetzt bei der letzten springt er runter! Nein! Out of time! Ich habe mal immer ein Achieve mitgekriegt! Oh! Fuck, ey! Oh, fuck! Oh! Oh, fuck! Wieder ich mache alles hier kaputt, ne? Oh, nee! Oh, herrlich! Okay, bis zu diesem, und zu, was mit mir? Oh, okay. Vielen Dank.